Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Killzone Shadow Fallen mit mir alle wachen 1990 Ja wir haben letztes Mal hier stehen geblieben in Kapitel 7 die keine ahnung auf jeden fall da müssen wir rein und da müsste unsere auf als Zielperson eigentlich sein Normalerweise ist sie das Ich hab's auch gefunden Ich bin hier noch lange nicht am Ende Sie sind zu spät Es wartet dort unten auf Sie Mit ihm Es übersteigt das was Sie auf der Kassandra gesehen haben Ich versuche seine Wirkung zu steigern Und ich bin gespannt wie es in so einer Größenordnung funktioniert Bislang habe ich den Ausgang nur simulieren können Oder davon geträumt Ich sehe Sie sind schockiert Aber Sie sehen nur nicht richtig hin Denn im Ganzen ist es So elegant So wunderschön Sie mussten sich anpassen Überleben und ausharren Wir halten sie nur auf Und sie können sich nicht voll entfalten Solange wir leben Ihr werdet alle sterben Sir die Waffe ist startklar Sie wurde nach oben gebracht Gut Ich habe eine ISA Truppe in Bereitschaft Geh mit ihnen rein Begib dich mit Wasser zum zweiten Turm Dort wartet ein Bergungsteam Unser Ende Gehen wir Jetzt Sie sind zurück Ich wollte gerade sagen Wer ist zurück Aber dann War ja klar wer zurück ist Das können nur die Helgen sein Und was anderes kann es nicht sein Sprengladung ist meine einzige Chance Sprengladung Achso Nicht sein ernst Ich komme rein und bin ins den Tod Ja komm Machen wir so Dann schweben wir hier mal Na komm Aber normalerweise Ach ne Ich kümmere mich darum Halten sie einfach das Ding in Gang Äh Ah ok Ich habe keine Ahnung Womit ich gerade überhaupt schieße Aber ich bin tot Ok Ich habe irgendwie gedacht Dass ich da mich drauf stellen kann Oder so Dass mich total praktisch denn mitzieht Aber irgendwie Ja Irgendwie nicht Halten sie einfach das Ding in Gang Ja ist mir egal ob du stirbst oder nicht Ok Ich kann mich da halt echt nicht drauf stellen Ich muss halt nicht so wie ich will Äh ich glaube ich brauche einfach nur immer In die Richtung schießen Aua Dann sollte es eigentlich passen So wie es scheint Ein Container versperrt mir den Weg Verstören Sie ihn Ok Wenn ich wüsste was genau mich Wenn ich wüsste was mich tötet Also wenn ich schieße Sterbe ich ja Oder ich werde ihr Leben Äh Ja Die Frage ist warum Beziehungsweise Was Killt mich da Und ich muss halt oben rauf Ok Heißt du wir mal ein bisschen höher gehen Ok Ok Die Ok ich brauche immer nur einen Schuss Alles klar Das habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal gerafft Dass ein Schuss ausreicht Da ich scheinbar sonst zu viel Schaden oder wird nehmen Ok Das heißt es scheinbar zu anstrengend für ihn Das ist für unseren Protagonisten Ein mit mehreren Schüssen irgendwie Die ganzen Leute da irgendwie kalt zu machen Das heißt Ein Schuss reicht scheinbar Ja Eigentlich auch wieder Schwachse Oder Ich weiß es nicht Hautet Würde das wirklich so hin Würde das wirklich so sein Dass ein Schuss reicht Ist beschädigt Ich verliere Druck Dieser Zip überlässt kein weiteres Container Weil ich kann sie dir Ja Okay kaputt Ja das Problem war Ich habe halt Auf meinem Dingens gesehen Schützen und die bla bla Ich habe halt auf dem Turm geschossen Äh auf meinen Container geschossen Und deswegen war es kaputt Mann alter Scheiße So Die Explosion geht halt weiter Aber ok Ist ok So langsam Habe ich es halt verstanden Äh So Zack Wir werden schon mal Von der Entfernung Schon mal ein bisschen drauf schießen Okay Ich muss halt wirklich Auf einer bestimmten Höhe bleiben Ohne Schaden zu nehmen Ok Also dass ich halt Kein Schaden nehme Alles klar Das ist schon mal Ist schon mal ein Anfang Da brauche ich ja nur Irgendwie reinholzen Und das ist ganz ok Was halt problematisch wird Wird nachher nochmal Eine andere Container Denke ich mal Obwohl sollte eigentlich auch nicht Wenn ich wie gesagt Hoch genug bin Sollte es eigentlich Ganz gut ausreichen Ich darf mich halt nicht Zu weit abtreiben lassen Von dem Zack 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 Oh Ich muss hoch Ich muss hoch Ja ist ok So Hä Moment mal Ich mach das jetzt ein bisschen anders Das heißt Ich werde einfach mal nach vorne Ich werde erstmal Vorausfliegen Dass ich eventuell Die Möglichkeit habe Den ganzen Scheiß Vorher schon mal abzufangen Weil dieser Aufprall Denke ich mal Könnte vielleicht auch schon Ein Problem sein Dass dadurch halt Der Container halt schon mal Ein bisschen abkriegt Ok Ok Das heißt Es ist mit der Schussfrequenz Scheißegal Sie kann einfach durchholzen Das heißt Ja ok Ich glaube ich mach es richtig Ich habe halt gedacht Weil da ja das Ziel war Dass ich halt wirklich Immer in der Nähe Des Dingens sein muss Dass ich Von dem ihren Container Immer oben drauf bleiben muss Aber scheinbar Relativ egal Relativ egal Scheinbar Da ist meine Stimme abgekackt Keine Ahnung Das heißt Wir können einfach draufballern So wie wir lustig sind Das heißt Wir können theoretisch Ähm Eher ein Nee Er zwei Er zwei gedrückt halten Teilweise Ok Das ist meine Alter Wie schnell fährt denn der Das heißt Wir müssen Mal ein bisschen Schub geben L3 gedrückt halten Ich hoffe mal Dass das hinhaut Ey Das ist halt schon Ein bisschen peinlich Ein bisschen kacke Dass ich so gefährdet habe Wie gesagt Ich habe halt gedacht Dass ich halt Da bleiben muss In der Nähe Also praktisch Obendrauf Mich vielleicht Obendrauf Mich vielleicht Obendrauf Festsaugen kann Und dass das denn passt Aber ok Das heißt Wir müssen halt praktisch Einfach nur vorausfliegen Oder mussten Im Endeffekt Einfach nur vorausfliegen Das habe ich jetzt Wie gesagt Ehrlich gesagt Nicht so Nicht so gedacht Checkpoint Wichtig Checkpoint Wir checkpoint Ist echt wichtig Und wir haben es auch Gleich geschafft Das ist super Ich denke mal Einmal so eine Drohne Vielleicht nochmal Von hinten Ne ok Ich habe jetzt gedacht Dass nochmal Drohnen Oder sowas kommen Eventuell nochmal Ein Kontainer Glaube ich nicht Ok Das war es Das heißt Wir müssen Eventuell Obendrauf Jetzt landen Oder so Ich habe keine Ahnung Wie gesagt Ist ja blind Normalerweise Nicht so hin Aber gut Weil es Gabel Wäre theoretisch Eingeklemmt Ja entspannt Ich doch mal Ich muss ja erst mal absinken Ich muss ja erst mal absinken Und dann da hinkommen Weil eben Wollte Zum anfang Wollte Sich eben Gar nicht absenken Keine Ahnung Wo Die alte So Zack Und da haben wir auch K 50 Meter Ich weiß Es ist etwas Vorheilig Aber könnten sie mir sagen Wann ich ein Labor Mit entsprechender Ausrüstung erhalte Vorwärts Ich muss es wirklich wissen Und dann kann ich Vorbereitungen treffen Wenn alles schief läuft Kann ich grundlegende Berechnungen im Kopf Anstellen Strategien entwickeln Neue Interessensgebiete Ausloten Sie helfen uns Diesen Wahnsinn zu stoppen Nein Das werde ich nicht Sie ändern sich nicht Sie sind dasselbe Volk Von Feiglingen geblieben Aber sie ist auch selber Wegtane Also Mensch Warum Will sie Weiß ich nicht Will sie halt Das ist echt Die ist halt echt Übergelaufen Ja okay Lauf doch mal hin Ich hoffe mal Dass das so passt Sie müssen über der Startröhre sein Vorwärts Was glauben sie Was ich tun werde Ihnen ein Heilmittel geben Ha Bestimmt nicht Marshal Ich werde ihnen nicht helfen Für nichts auf der Welt Sie verstehen meine Arbeit nicht Ohne meine Arbeit bin ich nichts Ohne meine Arbeit wäre ich tot Mir egal Ehrlich gesagt Oh man Hundertprozentig Werden wir angegriffen Hundertprozentig Oder sie wird erschossen Von Echo Oder sowas Ich bin echt mal gespannt Das Ja komm Das dauert mir gerade so lange Ich lopp da mal hin Da ist der Eingang Praktisch von hinten Hi So Und dann sollte Denke ich mal Das Kapitel auch beendet sein So wie es ausschaut Halt Nicht schießen Das ist der Marshal Bringen Sie sie zum Schweigen Sir Unser Schiff wurde unter Beschuss genommen Wir haben es geschafft Meine Männer machen einen Hellgas Bomber klar Damit wir hier wegkommen Sie brauchen Deckung Falls sie angegriffen werden Ja Sir Es gibt Verluste Der Rest unserer Einheit errichtet unten eine Abwehrstellung Der Rest unserer Einheit errichtet unten eine Abwehrstellung Okay Was heißt aktuell keine Ziele Heißt einfach warten Oder können wir da oben raufwopfen Es sieht komisch aus Da drüben ist ein Waffenregal Nehmen Sie sich was noch da ist Die Hellgas haben uns angegriffen Die meisten Ausgänge sind versperrt Bis auf die da vorn Sie werden jede Sekunde angreifen Okay Sehr gut Was haben wir denn hier so Adrenalin aufheben Das nehmen wir auf jeden Fall mit Checkpoint ist ganz wichtig Stoppermine Blablabla Sieht so nach Raketenwerfer aus Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so Das was ich jetzt so Oh Das habe ich gesucht Oh Okay Ich habe halt gedacht Dass das Instant Death ist Es gab Wir haben Dimmst 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 Dimmst